Herzlich willkommen in der Klinik für Gastroenterologie des Knappstoffkrankenhauses Eckenhausen. Mein Name ist Philipp Dahl, ich bin Gesundheits- und Krankenpfleger und würde Sie heute gerne auf einen virtuellen Rundgang durch unsere Abteilung mitnehmen. Von hier aus werden alle Abläufe der Abteilung koordiniert und unsere stationären wie auch ambulanten Patienten von einem Mitarbeiter empfangen und anschließend in die verschiedenen Untersuchungsräume begleitet. Unsere Untersuchungsräume sind vom Aufbau alle gleich, werden aber verschiedenen Untersuchungsarten zugeordnet. Hier in unserem ersten Untersuchungsraum finden Darmspiegelungen statt, die eine besondere Bedeutung für die Darmkrebsvorsorge haben. Wir führen im Jahr ca. 1500 Darmspiegelungen durch und sind mit unserer Technik auf dem neuesten Stand. Hier befinden wir uns in einem unserer zwei Gastroskopier-Räume. Neben Magenspiegelungen führen wir auch Bronchioskopien, Endosonographien und Anlagen verschiedener Erderung zu entwickeln. Wenn Sie sich näher für ein Video interessieren, wie eine Magenspiegelung stattfindet, gibt es auf dem YouTube-Kanal des Klinik-Fest schon ein passendes Video dazu. Hier befinden wir uns in unserem RCP-Raum. Dieser Raum hat eine Besonderheit, da wir hier Untersuchungen durchführen, die den Gallengang und den Gang der Bauchspeicheldrüse darstellen, ist hier extra eine Röntgenanlage installiert. Krankhafte Veränderungen, die in diesem Bereich zu finden sind, kann man direkt mit verschiedenen Verfahren behandeln. Wenn die Untersuchungen in unseren Untersuchungsräumen fertig sind, werden die Endoskope hier in unseren Aufbereitungsraum gebracht und werden dort einmal per Hand vorgereinigt und anschließend in vollautomatischen Maschinen gereinigt und desinfiziert. Wenn die Untersuchungen fertig sind, werden die Patienten hier in unseren Aufwachraum gebracht. Unser Aufwachraum verfügt über fünf Überwachungsplätze, die ständig von einer Pflegekraft überwacht werden. Wenn die Patienten dann nach einer Zeit wieder richtig wach sind und ansprechbar sind, findet ein ärztliches Entlassungsgespräch statt. Das war der virtuelle Umgang durch unsere Endoskopie. Für weitere Informationen besuchen Sie gerne die Internetseite vom Klinikum Fest bei Klinghausen und wir freuen uns, Sie bald hier in der Abteilung unterbinden zu dürfen.